Guten Tag meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen am Sonntag, den 10. April, das ist der Palmsonntag. Endlich wieder mit einer richtigen Palmprozession heute nach zwei entbehrungsreichen Jahren. Das erste Mal verboten und das zweite Mal gar nicht. Und jetzt dürfen wir wieder und umschreiten den Dom mit den Palmzweigen in den Händen und mit dieser Verlegenheit, die auch sehr deutsch ist. Also wer ruft schon gerne laut Hosianna morgens um 10 und läuft um den Dom rum, da braucht es andere Völker als uns, die so etwas aus Leibeskräften können. Im Evangelium aber tun sie es. Vielleicht waren die ja auch geniert, aber das war jetzt keine Zeit mehr zum Genieren, denn jetzt ist die Stunde Jesu gekommen. Und wenn ich an die vielen Widerstände denke, an die Misshelligkeiten und Missverständnisse und an seine Geduld und Demut, mit der er all dieser Abneigung und Ablehnung begegnet ist. Er ist jetzt auch noch nicht anders und lässt nicht irgendwie den Herrscher raushängen, aber jetzt fügen sich die Dinge in einer Weise, wie sie sich eben nur ihrem Schöpfer fügen. Das beginnt mit dem Fohlen einer Eselin am Anfang. Da gibt es auch keine Eigentumsrechte mehr oder so. Jetzt kommt der Schöpfer aller Dingen und jetzt nimmt er sich, was er braucht. Er braucht es ja nicht für seine selbstischen Zwecke, sondern er braucht es für uns, damit sich alles erfüllen kann. Und am Ende, das ist noch so ein Wort, das ich liebe und das mich innerlich aufrichtet und das auch wirklich nur Gottes Sohn sagen kann, sie möchten den Jüngern das Hosianna rufen und Huldigen verbieten, damit sie stillschweigen. Und dann sagt Jesus ihnen, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Also das sagt kein Mensch. Das sagt nur Gott. In jener Zeit ging Jesus nach Jerusalem hinauf und es geschah. Er kam in die Nähe von Betfage und Petanien an den Berg, der Ölberg heißt, und schickte zwei seiner Jünger aus. Er sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann antwortet, der Herr braucht es. Die Ausgesandten machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr das Fohlen los. Sie antworteten, weil der Herr es braucht. Dann führten sie es zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Fohlen und halfen Jesus hinauf. Während er dahinritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf dem Weg aus. Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, begann die Schar der Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten. Sie riefen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Meister, weise deine Jünger zurecht. Er erwiderte, ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Ja, die Steine brauchen bei uns nicht schreien, sondern rufen tun heute wir. Rosanna, dem König von Israel, dem Sohne Davids, der kommt im Namen des Herrn, der kommt, um Frieden zu bringen, den wir so dringend brauchen. Gott segne und behüte sie alle. Und einen schönen Palmsonntag und eine gute Karwoche. Und einen schönen Palmsonntag.